Eine andere Art von Achtsamkeitsmeditation ist die Eiche, mein Zuhause. 80 Minuten lang kann man in atemberaubenden Nahaufnahmen die Tierwelt einer Eiche beobachten. Natürlich alles dramaturgisch verdichtet, damit ein wenig Spannung entsteht. Ein Leckerbissen für Naturfilmliebhaber, die man auf jeden Fall auf der großen Kinoleinwand mit Dolby Surround-Ton schauen sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020